Hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück zu Super Mario Sunshine. Wir sind stehen geblieben, da haben wir die Sonne da freigeschaltet, wo wir aber nicht wissen, wie wir da rankommen. So, die Frage ist jetzt, wie das machen wir jetzt? Versuchen wir weiter da ranzukommen, erfolglos, oder machen wir was anderes? Obwohl die glänzt da jetzt so. Dass ich doch lieber da dran will. Oh, verdammt, das war die falsche Düse. Immer falsche Düse. Oh. Ham. Ham, ham, ham. Vielleicht, wenn wir hier reingehen, vielleicht ist das ja der richtige Weg. Ich bezweifle es. Ah, ich weiß, was der richtige Weg ist. Ah, ich glaube, ich sehe es schon. Ja. Ich glaube, so müsste es funktionieren. Oder? Nö. Wohin komme ich denn hier? Auf eine andere Insel. Mit einer Frau mit einem Korb. Die wird bestimmt wieder, dass wir Früchte für sie sammeln. Das lasse ich jetzt erstmal. Oh, hier war eine blaue Münze. Das ist ja schön. Da, du, 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 du. Du, 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 du. Hier sind noch mehr Münzen. Aber keine blaue. Schade. Hm. Wie komme ich denn hier erst da ran? Schade. Bam. Mit der Düse kann man also auch raus. Wollte ich mal ausprobieren. Wie denn jetzt? Wie denn jetzt? Vielleicht doch mit... Nein, doch nicht. Kann nicht sein, weil ich habe das ja schon hier probiert. Und da ging das auch nicht. Hä? Jetzt geht es auf einmal? Oder ging das schon vorher? Ich weiß es gar nicht. Egal, wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Ja. Dankeschön. Eine Insignia ist geholt. Und eine blaue Münze. Das macht dann 66. 66. So. Beide Glocken sind sauber. Die Sonne ist sauber. Langsam nimmt die Stadt wieder Glanz an. Frage ist nun... Obwohl. Ich habe da was im Internet gelesen. Und das will ich jetzt ausprobieren. Ha! Jo. Klappt. Hier gibt es nämlich ein Geheimnis. Ein geheimnis Level. Oh. Sieht aus nach Pingpong. Pinball meinte ich. Nicht Pingpong. Ähm. Kann jemand mir sagen, was zu tun? Hier gibt es anscheinend was. Wow. Ist wirklich Pin, 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 Pin. Pinball. Drei Münze hätten wir. Ha! Hilfe. Hilfe. Nein! Oh! Ach, man ist dann sofort tot? Das ist fies, ey. Das ist fies. Das habe ich jetzt natürlich nicht erwartet, dass man danach sofort stirbt. Ich habe gedacht, man hat noch einen Versuch. Aber anscheinend hat man nur einen. Finde ich jetzt gar nicht mal so fair. Hä? Bin ich jetzt wieder tot? Noch nicht, noch nicht. Ah! Okay, ich sterbe nicht. Ganz langsam. Das heißt, nur wenn ich da runterfalle. Nur. Nur wenn ich da runterfalle. Bin ich des Todes ge... Nein, 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 nein. Nach da, nach da. Ja, ja, ja. Perfekt. Und wieder runter. Ganz langsam. Ganz langsam spielen wir weiter Pinball. Das Spiel, was man früher ziemlich oft gespielt hat, als es noch kein Internet gab. Ah! So. Hör doch auf zu... Und... Da muss ich noch hin, da muss ich noch hin. Nein, nicht da hin. Nicht da. Da. Nein. Ja, wo bin ich? Bin ich tot? Nein, ich lebe noch. Ich lebe noch. Juhu, I'm alive. Go. Da hinten ist eine Münze, aber ich komme nicht dran, weil ich zu weit weggesteuert werde. Nein! Nein, ich will nicht sterben. Ist da eine Spiegelwand? Da ist ja nicht eine Spiegelwand. Was heißt Spiegelwand? Das heißt... Eine Wand. Oh, das ist ja blöde. Und auf ein neues. So, Mitte hinstellen und go! Hilfe! Falsche Düse ist super. Ach so. Ich kann hier gar nicht. Ich kann da gar nicht weiter. Weil er auch so eine komische, unsichtbare Wand ist. Super, super. Er ist mal den hier. Genau. Jetzt kann ich doch schon mal... Wieso springt er denn nicht? Ich kann auf dieser scheiß Routine springen. Und ich meinte, die scheiß Rutsche, ich meinte... Bescheiden in Rutsche. Jetzt geht doch nach vorne. Flieg doch noch... Nein, nicht schon wieder da. Ich hasse Pinball. Oh, diese blöde... Nein, 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 nein. Fünf. Gleich sind wir wieder bei sechs. Ich würde hier gerne ein Safe State machen, aber ich lasse es mal aus dem einfachen Grund, dass... dass Super Mario Sunshine ist und nicht Kaizo Mario. Und Super Mario Sunshine... gibt es auf der normalen Konsole. Und auf der normalen Konsole kann man auch kein Safe State machen. Also würde ich das hier auch so... lassen. Aber irgendwie ist man auch rauf und runter, ohne weiteren Erfolg. Das nervte mich ziemlich, denn ich wollte doch weiterkommen. Und ich lande immer im gleichen verdammten Loch. Im Drecksloch. Was? Das ist, glaube ich, das vierte Mal hintereinander. Oder das fünfte Mal hintereinander. Ich habe keinen Plan. Ich komme auch nicht mehr... Ich komme auch nicht mehr... Ja... Nein! Toll! Da war ich auch schon drin. In diesem Loch war ich auch schon drin. Toll, toll, toll. Nein! Nein! Boah, danke. Danke. Soll ich ein Save? Nein. Ich mache kein... Nein. Kein Safe State. Nein. Wieso komme ich da nicht raus? Ist da los? Oh! 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 Hier ist es kaum. Ah! Da war ich auch schon drin. Und die wichtige Löcher fehlen mir denn noch? Toll, sieht man super von hier aus. Ne, ich sehe nicht, wo noch Münzen fehlen. Schade. Da hinten ist eine, da hinten ist eine, da hinten ist eine. Nein! Nein, 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 nein! Nein, Mario! Nein! Oh, oh. Das wird ein schneller Tod sein. Das wird ein schneller Tod. Das ist echt bescheuert. Man kann gar nicht koordinieren, wohin er fliegt. Zwar eine lustige Idee, aber es ist doch, äh, ein wenig zum Ausrasten. Und aus der Rutsche kann man auch nicht springen. Nicht mal da kann man irgendwie, hat man irgendwie die Chance von Außenmünzen zu sammeln. Und irgendwie tendiere ich immer mehr dazu, einen Safestate zu setzen. Scheiße. Ich habe nämlich nichts gesehen. Scheiße. Danke. Ich habe nämlich nichts gesehen. Ich habe jetzt zwei Insignien Minimum pro Part. Eine haben wir. Die andere will nicht. Oh, oh. Okay, lieber da rein als runter. Hä, wo bin ich? Okay. Und ich werde nie im Leben an diese eine Insignie, äh, an diese Insignie, sage ich. An die eine rote Mütze kommen. Weil, endlich hier unten ist noch eine. Unten rechts. Ich probiere da mal hinzukommen. Und wenn ich da hinkomme, dann mache ich... Wo bin ich? Nee. Das war es nicht. Und wenn ich da hinkomme, finde ich, habe ich einen Safestate verdient. So. So mache ich das jetzt. Boah. Danke. Okay, jetzt mache ich einen. Weil bei dem anderen bin ich mir echt nicht sicher, wie ich das hinkriegen soll. Das geht nicht. Aber natürlich versuche ich noch ohne... Versuche ich das Level zu beenden, ohne Safestate zu benutzen. Also. Solange ich nicht komplett... Ja. Was ist das? Er zittert ein bisschen rum und meint... Okay. Und benutzt. Und benutzt. Hä? Es geht nicht. Ich kann mich innerhalb dieses Dinges nicht bewegen. Ich schwöre. Geht doch. Das da natürlich in der Mitte. Und das hole ich aber definitiv ohne Safestate. Das sollte eigentlich hinhauen. Eigentlich sollte das hinhauen. Eigentlich sollte das hinhauen. Und es sei denn, ich stelle mich wieder so an, dass ich mich schon wieder hier lande. Ja, komm, rutsch schneller. Ich kriege mit dich auf. Oh, wenn man es will, ne? Wenn man es... Nein! Jetzt muss ich schon wieder die seine Münze holen. Hä? Da stand ich auf einmal auf diesen Stab drauf. Das war überraschend. So. Da haben wir die Insignia schon wieder. Und? Nun. Gilt es nur noch diese Insignia zu holen. Danke. Danke. 67 Sonnen der Insignien. Und sicher nun weiter. Mario verabschiedet sich. Ich ebenfalls. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis demnächst und tüdelü. Bis demnächst.